Ja und hallo, hier im nächsten Part, ha, jetzt, jetzt sage ich das nämlich immer, glaube ich, vielleicht auch nicht, wahrscheinlich eher nicht, ne, also dass der nächste Part da ist, aber jetzt gerade habe ich das spontan gesehen, dass die Zeit reif war. Ja, weil bei mir jetzt, voll von Skate abgeguckt, die Parts 13 Minuten lang tun werden, weil das eine ganz angenehme Zeit ist, das ist nicht zu kurz, das ist nicht zu lang und ich bin durchgekommen und ich muss nicht so viel, und ich muss nicht so viel aufnehmen, weil mit schon einer Stunde Aufnahmezeit habe ich verloren, denn schon mit einer Aufnahmezeit habe ich fünf Parts zusammen und das kommt ganz, ganz angenehm für mich, weil ich muss ja auch noch für Magical Real Life aufnehmen und auch ja noch andere Let's Plays jetzt hier, ich kann ja nicht nur ein Let's Play immer aufnehmen und eine Stunde für fünf Parts ist dann da schon ganz angenehm, weil das so ist. Versteht ihr doch, oder? So. Ja, so. Hier unten lang. Bitte, komm. Ah, okay. So, jetzt brauchen wir den Felfgott. Moderne Zeiten. Jo, das war gut. Das war sehr gut. Hallo. Wie, 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 wann soll ich denn da abspringen? Oh, ah ne, ich brauch Punkte, ne? Jetzt brauch ich wieder Punkte. Dann muss ich den kaputt machen. Ah, 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 ah. Ich hoffe, hier ist ein, ein Checkpoint-Gock drin. Gott sei Dank. Da, da ist er, da ist der Checkpoint-Gock. Ich hab ihn noch gesehen. Ich hab ihn noch gesehen. Der Checkpoint-Gock. Nicht kaputt gehen. Also, der Gegner schon, aber nicht ich. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. So. An dieser Stelle kann ich ja dann auch schon mal... Bitte. Oh. An dieser Stelle kann ich ja dann schon mal Werbung machen. Für meinen Tod. Nein. Und zwar, ihr müsst mir nämlich jetzt auch alle... Müsst ihr nämlich jetzt... Alle auf Facebook und Twitter folgen. Oder Twitter. Aber am besten beides. Weil... Da werdet ihr dann nämlich immer voll neu informiert über... Alles. Alles. Echt. Voll ganz viele Insider... Äh. Insider-Infos auch über andere YouTuber. Wie Verroven. Und Misklados. Und Buttercake. Und... Alle anderen. Und... Ihr könnt mich... Ah, ah, ah. Auch auf Skype adden. Da heiße ich, wer hätte es gedacht... Lord's Toad. Und dann kann man jetzt zwischendurch mal schreiben. Oder vielleicht auch... Telefonieren. Um Gottes Willen. So. Und... Gerig. So. Und so. Und das fände ich... Scheiße. Nein. Nein. Das fände ich ganz toll. Und jetzt höre ich bitte auf mit dem... Komischen Gerät. So. Ne, das ist immer noch nicht. Aber ich bin... Ja. Ah. Weiß ich gar nicht. Also vielleicht jetzt in... Heute. Heute. Oder vielleicht auch erst morgen. Oder übermorgen. Fängt dann... Oder ist schon... Ach, ich hab keine Ahnung. Irgendwann die Tage nehme ich auf. Wenn ich gerade Lust habe. Und fang dann mit dem... Zweiten, Let's... Let's Boar. Ich fang dann mit dem Let's Boar an. Ähm. Ja, ich weiß noch nicht, was das sein wird. Aber... Doch, weiß ich nicht. Muss ich gucken. Was ich da gerade am angenehmsten finde. Und wie... Meine Frauenstimme. Mann. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Ähm. Und in welchen... In welchen Zeitabständen ich dann immer so hochlade, weiß ich auch noch nicht. Also, ich bin eigentlich immer ein Freund davon, einen geregelten, ähm, Upload-Plan zu haben. Also, das... Weiß ich nicht. Alle zwei Tage das und das Let's Play kommen. Und... Äh, weiß ich nicht. Jeden Tag ein anderes. Also, ich mag das nicht so, wenn man halt, äh, immer so, ich sag mal, zufällig hochlädt. Wodrauf man gerade Lust hat. Und das mag ich nicht. Und, ähm, aber wie ich das genau regeln werde, habe ich... Ah, neuer Gok. Wie ich das, äh, regeln werde, äh, weiß ich noch nicht. Außer, neuer Gok. Und es ist der... Zorn Gok. Teile der Spur immer rot. Immer ein wenig wütend. Okay. So. Ähm. 90 Punkte rast... Ich muss klicken, ne? Rast aus. Äh, hier... Dein... Neuer... Gok. Teile der Spur immer rot. Oh, das ist aber verwirrend, wenn die immer rot sind, weil... Weil dann weiß ich gar nicht, wann ich, wann ich drücken muss. Ach so, aber das zieht ihm auch Energie ab, wenn der... Oha. Allerdings erholt er sich nie komplett. Ja, wollte gerade sagen, ja. Ha, ha. Der sieht... Der sieht nicht so aus, äh... Als ob der jetzt hier volle Energie hat, ne? Ach so, die Spur wird immer... Ah. So. Oh, oh, oh. Geil, geil. Hey. Ha. Pfff. Nicht nett. So. Ah. Ach, Mann. Weißt du, es ist so ein Tutorial-Level und ich kacke hier schon wieder voll ab. Krass. Ach so, man muss springen. Ja, das wusste ich. Scheiße. Oh, Mensch, das kann doch nicht wahr sein hier. Ich hab mir auch, äh, gestern, also jetzt ist es schon ein paar Tage her, wo der Part jetzt hier online kommt. Aber gestern, also am... Oh, Gott. War es der 30. Ich weiß nicht, wie viele Tage der April hatte. Hat. Ähm, hab ich mir Portal zweimal endlich gekauft. Ob da ein Let's Play von kommt, weiß ich nicht, weil das wurde ja schon so oft Let's Played. Äh. Ähm. Und deswegen weiß ich noch nicht, ob ich da auch eins von mach. Äh, so ist er anfädeliger gegen feindliche Gox. Ja, das hab ich schon gemerkt. Ähm. Bitte, 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 bitte. Pff. Ähm, ja. Und, ähm. Weiß ich halt noch nicht, wie gesagt. So. Checkpoint-Gog. Oh. Aber es ist praktisch, dass dann mich hier irgendwie keine, keine Energie groß abzieht, wenn man der die rote Spur macht. Benutze den Zorn-Gog in Leveln mit vielen Gegnern, um dir schnell einen Weg zu bahnen. Ja. Okay. Schnell einen Weg bahnen. Hab ich gemacht jetzt, ne? Jetzt hab ich... Jetzt hab ich mir schnell einen Weg gebahnt. So. Und da ist nämlich das Ziel. Und... Boah. 90 von 90 Punkten. Das... Muss man aber auch erstmal schaffen. Äh. Schlammschlacht. Sprint Level. Zeit 33 Sekunden. Yeah. Ja, da hätte ich jetzt vielleicht mal springen sollen. Das ist, ähm... schon immer ein bisschen angenehmer. Oh Gott. Ähm. So. Du musst dich beeilen, Stefan. Bleib nicht stehen. Okay. Also anfällig gegen... Ja, das ist ja eindeutig anfällig gegen Gegner, ja. Das ist ja eindeutig. Puh. Ja, so. Ach du Scheiße. Äh. 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 Pfff. Pfff. Na, die sind ja lustig. Pfff. 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 Ja. So. Okay. Verloren. Pfff. Und... Aber da haben wir... Haben wir in dem Part... Haben wir ein bisschen was geschafft. Wir haben den... Wir haben in dem Part neuen GOG kennengelernt. Sind im Tutorial Level... 357 Mal gescheitert. Und... Scheitern jetzt an diesen... grünen... Angenehmen grünen... Äh... Äh... Zeitlevel. Und das Schöne ist... Dieses Grün beruhigt. Ich bin gerade nicht so hibbelig wie in den anderen... Zeitleveln. Und das, obwohl dieser Part... Nur noch wenige... Sekunden dauert. Und rennen, 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 rennen... Springen. 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 Sterben. Springen. 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 Joa. Hm. Sag ich mal. Das war nix. Aber... Ei, 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 ei. Tschüss. Enschuli. Vibring. Tens. Was ist das. Das war...